hey und herzlich willkommen zur sechsten folge von minecraft projekt pugna und ja wir werden jetzt noch einen dia spot zu und davor gehen wir noch craften und dann geht's nach oben jetzt ist anscheinend keiner mehr auf dem server obwohl wir eigentlich zwei sekunden noch aufnehmen ja ja weil die spitzhack ist weg das kann ich gleich wegschmeißen ich kann jetzt halt nur genau zwei artigen machen ich habe jetzt vier und halb spitzhack ich muss irgendwas verzauern guck ich gebe spitzhack hier verzauert egal wo bist du denn da kommst du da bin ich weiter vorne soll ich zu dir kommen ja auch wir haben einen verzauernsteil wir können nicht abwarten danke das sind first world problems hier guck ich kann dir gern noch was verzauern wenn du willst oder du könntest schauen ob du es verzauern kannst ich will meinen herren auf bot 1 warte ich gebe dir kurz den herren und ich stelle dir die ding hin da schau mal aufs bot 1 auf wie bringst du denkst du noch eins ja ja sicher wir machen wir ja geil oder vor dir nice so warte jetzt als hast du noch holen das wollte ich fragen was was hast du alles aufgekriegt guck ich meine meine boots am protection feather falling und unbreaking oben was hast du noch für den takt wie hast du das geschafft oder der zauberwund ich weiß es nicht oder wie du es gemacht hast du wie lange sind 3000 wahrscheinlich takt 3000 hey ingo sollte ich wegschmeißen was denn das schwert ja mein herren also an was machen wir jetzt da dios noch einmal gell an dios spot hm ja ich geh aber mal kurz in die richtung willst du noch kohle kohle hab ich genug ja ja schmiss auch nicht mit elf ja mach ich hm halt was soll das so vorstellen ich geh aber mal in die richtung da hinten ja rein die richtung wenn du guck ich die andere rennen nicht dass du den ganzen gang wieder zurück rennst tack tack aha kannst du mir geben gell hm ja passt ja gut habe ich angefunden das ist nie schlecht oh da jetzt haben wir schon langsam einen ziemlich guten gut verrat ja das ist eigentlich gut dass wir gut anfangen kennen sie ein paar einige gute flas stimmt ja zu zweit musst du sich schon wieder halbieren ja dafür geht es nicht doppelt so schnell ja eigentlich brauchen wir noch einen einzigen dios spot dann ist es für drei hm ja also wenn du jetzt noch zwei spot hast hast du gefunden hast du noch ja das das war echt ein bisschen unlucky hm hm zweimal haben zwei spot angefunden hm ich habe höhle angefunden mit witch ja du musst abpassen weißt du die vergiftung die vergiftung ist nicht so ja ja ich bin schon vergiftet da siehst hm stehe ja ja neid dass du jetzt stirbst mit full deal gell sag dir das neid dann geh mit den ambos daher und mach mich alles auf potz war alter hm 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 das war die ansage das war die ansage das war die ansage alles schön verwehrt alles klar alles klar ey guck ich noch nicht sterben wenn es einmal so gut läuft im leben hm mhm creeper rennt schon nochmal da hm ich glaube ich rennt gell zu ich glaube ich rennt gell zu ich schau da ziemlich nice aus jetzt soll ich hinlautsch meinst ich lass dir immer die meiste ich lass dir immer die meiste ah die hast du gefunden die hast du gefunden ja passt zerweck du ich nehme alles mit gell bam ja es wurscht ich nehme das mit aufbauen mit u ja passt da ist nichts mehr unten ja da aber auch noch nicht mindestens noch 3er spot es gibt aber gut mei das ist schon wieder scheiße eieieiei 3er spot war nein mindestens ein 4er spot 3 mindestens 5er oder 6er ja es halbt ja übertreibs nicht dann hauen wir es schon wieder so geht es 7 jemanden an uns ja ja warte wir gehen zum gucken dann geht es nach oben wir werden uns gleich machen ja das werden wir gerne machen ja geht zu dir sieg dich ja was bringt dann geht halt das ganze essen weg aber geee johle wir haben alle die leertasten penetrieren so ungefähr das ist schon wieder witch alter ist nicht am allen da wäre aber gut da wäre gut ja gut wäre schon geil warte mal jetzt ist schon ein creeper ja ich will guck ich nicht nach fast hopp dann sind wir allein verloren ha ha warte mal wie ist denn wir sind noch einmal fort ja ich weiß ja 2 2 das sind nur noch 5 ich weiß nicht ich weiß nicht ja hab ich noch irgendwas nein dias ist schon wieder dias ja jetzt gehts ab jetzt machen wir gleich schärfe 3 da ja meine spitzhacken gibt keinen geist auf ne bis 15 dias guck du hast eh noch genug spitzhacken da müssen wir mit nur nach oben kommen noch 2 ganz voll ah fast 3 ganz voll ja das kennt sich aus gell aber was bei einem da oben da war jetzt bei der wutzern ab da ist nämlich der dungeon so echt bist du gerade in einer Minionschacht dungeon ja hey der ist immer gut das ist ein Waggon ich hab einen Waggon aber ich stehe direkt der creeper nehmen ja ja in so einer dungeon kann man sie in freeser hand finden warte du willst du das wieder mitnehmen ja 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 500 mal abbahn und herbahn ja ja da geht der ganze spitzhacken ja ich wüscht zurückgehen verbrauchen jetzt hm hm ah ja da bist du lol ja 3 stikel brot danke du scheisse bisschen armosen armosen hey lol hey ja melonen sieh hast du wenn wir blöd werden Melonen machen zum essen aber das zahlt sie nicht aus bitte ja wirklich zu ja aber wir müssen trotzdem warten das ist falsch ja guck immer pro team darf man ähm spielen an wem für den Bogen mitnehmen gell wenns halt dann haben möcht für den Bogen 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 deshalb geht mein zu Lack des Todes alles klar schattes 4 incoming schattes 4 und respiration 3 keine Ahnung was das ist hab ich nicht gehört ich hab das schon gehört aber ich weiß es nicht mehr ich bin da ich bin da da hast du es gekriegt ich hab dich gerade gesehen ja da ist es gekriegt alter Schwede lord das gehen wir gell ja dann kriegst du leichter schattes 3 4 schattes ja das machen wir gell oder äh ja ich nehme mir da auch mal kurz ein bisschen Holz mit damit ich nicht wieder die größte Tab umeinander geh so jetzt hab ich mal wieder ein bisschen Holz gekriegt so warte machen wir uns das gleiche da hey jane jane ist aber für nix oder jane ist für nix ja warte mal machen wir uns das gleich kugel respiration ist das beste kugel nein na du kannst länger unter Wasser gehen du hast länger den Atem lord nice deshalb kennt das keiner mhm kugel wissen du da hinter dir so ja mach mir schon eine Tür schwarz kugel du kannst jetzt underwater fights machen hey wer schießt denn du hä hallo ja es ist ein bisschen gefährlich da bei uns ich gibs zu na na so ich brauch nur Tierschwert der ist einschneiden ey das respiration geht jetzt aber weg aber das ist wurscht ey respiration 4 Tierschwert 2 Tierschwert 2 Tierschwert 2 Tierschwert mhm Alter ja mach mir das ja ja schon hätte ich auch gesagt bam so nächste Runde machen wir fight 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 du gib mir mal die restlichen Dears 3 Tierschwert mindestens abbauen da ja warte ich auch mal was auch mal weg schon wieder ja immer so ich brauch jetzt noch als E-Kanitier jetzt mehr als E-Kanitier ich brauch jetzt noch als E-Kanitier hm mhm TNT machen ja ok schlauchen mal weiß nicht nein reich findest du ein Hund hast du mir irgendwas geben Guckei das war 13 Tiers ah ja lol geil geil Leute auf einmal schwimmen ja 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 wir gehen auf hier und gehen netter es bringt nichts mehr das muss da bleiben ja die vier Tierschwerter sollen wir jetzt machen ich mach mal 6 sechs Tierschwerter außen was gehts denn da aus was gehts denn da aus Scharpness gehts mit Scharpness 3 aus ich weiß nicht ich mach mal Scharpness ja mit 1 ab hier wahrscheinlich ja wo gestehrst du dir das ab und auf Scharpness 1 so ich kann ich versuche den machen Philio wir brauchen eh keine Dears mehr mhm Scharpness 1 ich muss trotzdem was anderes verzaubern warte kannst du auch uns verzaubern ja ist blöd jetzt aber hey wo ist ein Scharpness da Scharpness 2 hab ich ja schon ja Scharpness 1 kann ich noch kostet 3 Level aber ja 3 Level sind wurscht du ey kann ich könnte mal ein Scharpness 2 Dingschwert machen wenn wir mal irgendwas cool haben ah das würde ich noch mal du magst 3 Aspekte ey wo hast denn ja ich weiß alles jetzt kriegt man das auszuordnen hey wo hast denn das Schwert hinten ha er hat schon wieder längst ja ich hab schon längst ich hab mir Angst 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 noch eins oder guck ich schaust du das schaust du noch eins ich kann ich kann den Bogen einfach mal so random aber das ist leider mal repariert ja warte Kraft noch Scharpness 1 na was es geht nice nice guck ich guck ich guck ich ich weiß du bin lucky ja Scharpness 3 hab ich schon und ich hab noch 6 Dears kenn ich 3 Schwerter mal dann gehts nichts aus dann gehts das aber nicht aus dann gehts das einfach nicht aus dann gehts das einfach nicht aus und für die Tester mach ich eigentlich auch mal wieso weil vielleicht Firespec kriegt und damit ich mehr Platz hab ich hab eh genug ok ok doch so jetzt gehts noch um ich hab schon mal aus Angst ja der passt alter wir haben so wir haben mehr als ein Stack gut echt jetzt ok das hätte ich fertig machen lassen können so alles mitnehmen egal die Dungeon willst du nicht weiter ausfahren test aus das lange wurde wie man findet geile sachen aber so einen Griff noch einmal zu machen ist glaube ich eher unwahrscheinlich ja 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 ich krabb am los du kannst in der Bildablob ja 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 erst mal fett lab bis final ja ja das Essen habe ich auch schon lange gekannt von Dingern naja auch nicht da wo nicht ausgereichtet ist weißt wahrscheinlich noch nicht geh hey da bist du ich hab doch gerade aufgekommen ja schärfe 3 steht geht halt auch na warte mal ja 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 wenn du mal mehr Leben merkst du gar nichts mehr dauert durch was passiert bei Pots war es gibt einen dritten Stock an Art echt? ja ja kaff den gerade aus das war gut schau hm Halt ich spiel doch ziemlich ab von mir grad ja es ist eh schärfe 4 das ist halt geil ja ja ich kenne mit dem aus ich stirb da wahrscheinlich was erkennt nicht mehr aus was weißt du wie viele Viecher da sind oder weißt du wie viele Viecher da sind oder weißt du wie viele Viecher da sind oder ja wir spielen auf Hardcore da muss man schon ein bissl hamba hr du wißt du alles aber da sind ja echt du wichern ist der Monster Spanner das ist ja ja du auf der Höhle des Würfenbricht sollt ihr halt dann nicht rausfallen Ja, wenn es da an dir findest, dann bist du schon echt lucky. Ja, an dir findest du kann, aber an Lore mit Kiste. Da sind zwei Hins. Ja, aber wir brauchen eine Durchhaffi-Bahn, wir müssen wahrscheinlich nur Durchhaffi gehen. Was liegt denn da alles? 1 Sekunden! 60 Sekunden wieder weg. Boah, schon wieder? Wo ist denn hier? Er ist da hinten. Ja, da. Einmal noch kurz schauen. Ja, nein, ich lasse es lieber. Aber doch. Nein, es soll sich nicht laufen. Nein, Alter. Ja, gehen wir auf, gehen wir auf. Wir haben nur 6 Sekunden, wir sollten nicht so gefährlich ausloggen. Nehmen 10.000 Viecher. Ich hab Schärfe 4 und dann kommt die Invasion, oder was? Warte, bauen wir uns da irgendwas zu. Guck ich kurz da, oder? Baut's auf dem Gang, bald auf. Bis... Das Spielzeug ist ja schon weg. Alex, hast du noch was zum Essen nächste Tag für mich? Was jetzt? Hast du noch was zum Essen für mich? Ja, ich hab noch was zum Essen. Die ganze Zeit nur Rottenfleisch. Ich bin zu Sandler. Ja, ich weiß. Boah. Nice Folge. War geil, ja. Ja. Dias. Schärfe 4. Schärfe 3. Noch 6 Dias übrig. Aber... Wärstens Deck Gold. Nice. Mega nice. Läuft gerade richtig gut, ja. War nice, ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.